Herzlich Willkommen bei HOP-ON! In unserem Fahrplan können Sie entdecken, welche Wege es zu einem Berufsabschluss in Deutschland für Sie gibt. Der Fahrplan ist anonym. Sie müssen sich nicht registrieren. Sie können den Fahrplan in den Sprachen Deutsch, Farsi und Arabisch erstellen. Der Fahrplan kann Ihnen eine Orientierung geben. Er kann keine persönliche Beratung ersetzen. Wenn Sie nicht wissen, wie Ihr Aufenthaltspapier heißt, klicken Sie auf die Links. Dort sehen Sie Bilder von Dokumenten. Dann werden Sie gefragt, was Sie bereits gemacht haben und welche Pläne Sie haben. Beantworten Sie alle Fragen mit Ja oder Nein. Sie bekommen immer ein Ergebnis. Wenn Sie den Fahrplan in Arabisch oder Farsi erstellen, bekommen Sie Ihr Ergebnis in zwei Sprachen. Das Ergebnis können Sie als PDF speichern oder drucken. Im HOP-ON Buch bekommen Sie mehr Informationen zum Thema Berufsabschluss, Arbeit oder Deutsch lernen. Hier finden Sie auch Webseiten, wo Sie eine Beratungsstelle in Ihrem Bundesland finden können. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem persönlichen Weg. Bis zum nächsten Mal.